hey freut leute mit ihr willkommen zu einer weiteren folge 1300 erste folge zusammen mit ricardo david julian und mir wir erkunden jetzt das neue end ich jetzt ja auch schon die ganzen ender person natürlich schon ich werde übrigens ich werde jetzt gleich hier eine ganze kiste von ender fan aufbauen weil die hatten wir beim alten end ja auch wie funktioniert das muss da reinwerfen habe ich eine farme die kurz neuer ich möchte hier hoch ja ich auch okay das ist kein cheat das hat mit dem alten auch das ist jetzt weg aber wir uns etwas neues erstellen mussten bezwungenermaßen wegen julian warum rechtfertigste das hier mal oder was erklärt interessiert aber kein mimimi ich habe aber keinen und kurzen aufbauen den hatten wir auch ist jetzt außerdem vor mir selbst jetzt der strahl wieder da ich vercheck manchmal nicht warum der strahlmarkt war da so manchmal nicht toll das wäre natürlich super platziert die kiste die schärfe die da auf dem wohnen liegt ist meine übrigens weil ich hab den gekillt ricardo seid ihr überhaupt schon durch hiermit? Junge doch ein Arschloch ok komm hier was ist denn los? du bist schon durch du musst nicht aushasten du bist schon durch haben wir gewonnen wenn irgendjemand außer mir eine Lightroom bekommen haben wir gewonnen dann verkaufe ich dir die damit für viele für einen ganz kleinen preis nur alles was du mir bieten wolltest sind da oben noch welche? ist da oben noch irgendwas? ne ne oben ist nichts oder? was da ist? sind da oben noch welche? ne ne es geht da ja nicht weiter ach das heißt du hast einen schon oder? nein es geht da nicht weiter da gibt es noch eine da gibt es noch eine war ich jetzt ganz oben ja es gibt mehr aber du musst dich erst mal finden mein gott und machen wir uns mal auf den weg ne? ja dann gucken wir uns jetzt schon nee da ist nur der eine Turm das war war ganz oben ja du 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 also ich habe jetzt schon vier Schalkerschalen was ich habe erst eine ich habe vier dann kann man sich so eine komische box machen Schalker mit den Schalkerschalen deshalb wollen wir die ganze Zeit die Schalker deshalb müssen wir die töten ganz schnell ich habe fünf Festungen gefunden ich habe fünf Festungen gefunden ich habe fünf Festungen gefunden ich habe nur für gerade so dass ich in der Richtung laufe wo ihr nicht hinlauft ne weil dann leckt es erstens zweitens erkunden wir zusammen das End ja machen wir gerade total also ja Julian ist nur so ein kleiner Cheater genau Julian Julian am besten ist du außerhalb der Dungeons du bist denn jetzt lang ich bin gerade ausgegangen und dann rätst also ich wollte erstmal auf der Insel bleiben ja also nur auf der Insel bleiben ja erstmal und dann habe ich gerade eine Brücke gemacht außerhalb du Dungeons bist am besten dir aber eine kleine Brücke sehr klein weil äh das Essen braucht eben für die Dungeons ich sehe dich ganz gut ne Jo eigentlich hat vieler als er kann das die Endermen zu hören und nicht viel dabei hast will ich schon wieder den Endermen angucken obwohl ich würde jetzt ein paar für XP ja ne ich habe es ja auch Reparatur da kommen wir aber her oder ja ähm sind jetzt alle drüben weil das wird gerade EP auf gesammelt danke ja drüben ja alle im zweiten End weil dann sollten wir jetzt ja mal fuck you David was denn ich bin noch nicht jetzt mal wenn ich das Ding fast tot ist spielst du das weg und dann ist es weg ich fetz dich wieder so jetzt habe ich eine Endermen wenn es jetzt nicht spielst ich weiß ich auch nicht danke Julian ich habe eben da durch durchgeworfen ich werde mir ganz gut so einen Bunker bauen nekado und Endermen ist hinter dir her egal easy kommen wir ganz gut so einen Bunker wie vorhin denn ich muss mal ganz kurz jetzt verbrenn endlich du Scheiss Endermen wo muss ich hin wo muss ich hin zweite End ja da bin ich ja da bin ich jetzt ich habe eine Endermen warte ich schick dir ich zeig dir Koordinaten nein Ricard ich brauche die EP für mein scheiße Alter ich brauche die für meine Reparatur hehehe hehehe seid ihr noch in der Festung 144 Tim die Festung ist gecleat Tim 144 ach Leute jetzt bin ich zu weit gerannt oder was 63 minus 1268 David du bist du ich bin wahrscheinlich schon weitergerannt als ihr ich habe dir gerade 5 meine Koordinaten gesagt ja mir egal ich bin schon durch diesen Chorusfuck weil da ich sehe dich Ricard perfekt ich würde sagen links den Wald durchgehen nochmal oder ja wo seid ihr jetzt wir sind schon weiter gegangen einfach da durch ich bin nicht weitergerannt als ihr ne so Tim du bist doch an der Festung noch gerade oder ja schreib mal die Koordinaten auf wow sicher sicher wo bist du Ricard? hinter dir hast du eine Chorusfuck gegessen? ja ich bin bisschen nach unten teleportiert worden gemerkt aber geht so 1,2 Endermen mach ich noch und dann ist meine Spielzeug wieder recht gut äh um wieder rüber ohne zu bauen ich habe Enderperlen ja habt ihr bisher schon gebaut? ja ja aber ich bin habt ihr bisher schon gebaut? hallo hä habt ihr bisher gebaut oder seid ihr bisher nur gelaufen? ja nur gelaufen ok ähm wo muss ich hin? ich 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 muss äh wo seid ihr gerade? erstmal der Insel folgen wo bist du? und dann nach rechts da ist die ganz kleine Bürger ja guck mal auf die Insel was ist da? habt ihr da so einen Pümmel hingen gemacht? äh ja hab ich kurz ja und dann nach rechts da müsste ich ganz kleine Brücke sein seitdem weiß ich eh nicht mehr weiter das ist ein Portal da schwebt ein Block ey Leute wo seid ihr? ich hab keine Ahnung glaub ich sie einfach nur in der Graf seht ihr wo ich bin? ganz recht wir haben bisher doch keine Brücke glaube ich gebaut wollen wir da hingehen? ja die andere Brücke wo seid ihr gerade? ja noch eine Brücke haben wir bisher gebraucht eine kleine Brücke die hab ich gebaut ja deine Brücke hab ich gebaut und trotz noch keine anscheinend ja und dann durch den anderen bisschen weiter links ey ich bin jetzt irgendwie am Ende von so einem ja und dann haben wir uns wieder in der Perle weiter ja und dann haben wir uns wieder in der Perle weiter nicht an der Brücke war sondern mehr in der Perle alter was ist die denn? durch den Wald wir sind halt keine Ahnung ich glaub ja ich weiß jetzt nicht ob die ob ich den überhaupt grad auf der Sicht bewegt bin da ich hab irgendwen gesehen dann oder was du? ja bist du dich auf die andere Seite geworfen oder was? ja die anderen haben das auch gemacht? ja Tim wird dann keinen Anhaltspunkt haben wo wir sind angeblich weil ich wärs jetzt auf der anderen Seite ich wär auf der anderen Seite mal kurz vielleicht siehst du das ja mit deinem ich weiß ob deinem Rennen das zu hoch ist aber ich will dir kurz kurz ein Kreuz machen ich stehe einen von euch ja hier mach kurz ein Kreuz hin vielleicht sieht ihr ihm das von der anderen Seite aus ich hab kurz so ein Wasser Kreuz hin gemacht man hat grad noch einen Wert Wasser einmal ja von euch der ist jetzt aggressiv auf mich ein hier hat der Wasser einmal kurz ein Kreuz hin ja hab ich ja ach ich lauf einfach alleine voll das war schlau voll wow hä? was ist ich hab keinen ich hab keins ich seh das Kreuz ich hab keins warte 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 hä? wir haben grad das Wasser einmal gefunden gemacht so jetzt ey dankeschön hast ne Enderperne? Leute Hilfe ja hallo Leute ich sterb gleich ja gerne ins Wasser ja der Enderman war Half-Life mindestens ich hab den zweimal angeschlagen warum schlägst du ihn eigentlich nicht einfach David? weil ich den nicht äh treffe ok was? geht der mir her? ach ja ist das euer fucking ernst? was? was denn? diesmal hab ich keinen angeguckt ich geh schon mal weiter ich geh aber auch weg willst du ein Kürbis haben? wo bist du dran Julian? jaa hat schon bin gestorben aber egal ok ich würd sich gerade so gerne da runter schlagen aber jetzt bringt es eh nichts mehr genau ach die Strömung das ist Tim ach Tim ist bei uns jetzt mittlerweile? ja ich bin bei Julian weiß nicht wo ihr seid einfach geradeaus weiter ja warte ich glaub ah geh ich links oder rechts? links oder rechts? links oder rechts? ich glaub rechts sieht weiter aus wenn ich geh ich links bist du jetzt rechts vom Kreuz gegangen oder was? vom Kreuz bin ich ungefähr rechts gegangen ja ich bin kurz hinter dir Ricardo ah das ist auch ein Kreuz? ok ok warte boah ich bin jetzt einfach nach rechts gegangen ich weiß nicht ob links vielleicht ne rechts nach rechts ja immer geradeaus immer geradeaus immer geradeaus genau man hätte ja auch links abzweigen können was ist da hinten das Kreuz ja Alter ich glaub ich richtig ich hab grad na eben meine Rinderwissen zwar doppelt und man sieht einfach ich bin einfach weiter geradeaus gelaufen immer weiter ach so du bist jetzt ein Kreuz? du bist jetzt ein Kreuz? Julian jetzt seh ich dich aber nicht mehr ja ich bin einfach immer weiter geradeaus gesprint immer weiter jetzt seh ich jetzt finde ich erst ein Ende wo nix mehr ist mach kurz ein Kreuz hier und auf der anderen Seite mach ich noch ein Kreuz bleib doch einfach mal scho so wo ist hier Julian jetzt lang gegangen? eben das weiß ich eben nicht bin immer weiter geradeaus ja wir auch wahrscheinlich bist ja ein bisschen weiter rechts gegangen ich bin jetzt beim zweiten Kreuz und laufen weiter geradeaus Tim ah wahrscheinlich hätte ich eben gesagt ja rechts oder links auf das weiter ich seh dich mich? ja hallo Tim? ja wie bist du? ich bin geradeaus beim zweiten Kreuz ah ich seh dich du hast eine Perle geworfen was? du hast eine Perle geworfen ja 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 mach mir wieder so ein Wasserpimmel hin warte habt ihr doch kurz Wasser bitte ja brauchen dann immer zwei ich hab jetzt ja keine zwei Eimer aber ich könnte gerade kurz den zweiten Eimer machen ist da mal ein Kreuz rechts weiter rechts weiter rechts weiter wenn da ein Kreuz ist dann kreuz dann müssen wir mich zum nächsten Kreuz werfen da ist Wasser boah das war ja eine mega geile Plattform hui hui ja einfach hier weiter ja darf man das? ja probier du aus ne probier du aus mit Garno du schaffst das Julian du bist wer hat denn bei dem battle gewonnen? ja hat das was mit dem airplane zu tun? hi ja alter david was für ein battle war hast du ziemlich hoch geworfen ja aber wenn nicht wenn man ins nichts trifft ist ja egal wenn man ins nichts trifft nicht wenn man gegen den block stimmt oh nein gegen den block werfen dann ist es hallo 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 das wird jetzt ein harter wurf ja 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 als ob als ob ihr da rüber wollt ja da wird auch geschafft julian hast du nen zweiten wasser oh oh ok alles easy alles easy läuft ich bin weiter oben als double ich bin ich hab ziemlich tief geworfen ich hab ziemlich tief geworfen ich hab ziemlich tief geworfen david hat ziemlich hoch geworfen äh oh oh wer ist das? das ist doch ganz tief ich bin da hallo alter alter und da ist ich schwör mal julian wird fail oh ich hab gut dass ich den wasserheimer dabei hatte gut dass ich den wasserheimer dabei hatte ich hab so verdammt julian kommst du auch noch? hm ich weiß es nicht hm ich hab jetzt schon keinen bock da wieder zurückzuwerfen fuck ja deshalb finden wir ein anderes portal ja hoffentlich ich bin besser alter ich bin so runter gefallen zum glück hatte ich den einmal alter wie soll ich denn da rüber knallen? hehehehe werfen hoch werfen hoch werfen tief geht auch aber nicht sehr hoch genau ich bin zu hoch oh oh julian alle sind gespannt hat der schon geworfen? die hoch hör 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 nein ist zu hoch ja ho 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 hopp jetzt hoff oh 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 jetzt hoff jetzt hoff im wasser im wasser nice one im wasser nice one hehehehe jetzt gehts weiter schon wer weiter gelaufen? ja ein bisschen ein bisschen ha 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 alle haben es geschafft ey so schlimm kann es auch gar nicht sein das schlimmste wäre echt gewesen wenn man halt gegen den block geworfen ist und dann runter gefallen wäre das wäre scheiße gewesen ich bin auch runter gefallen ansonsten hätte aber auch eigentlich gar nichts passiert echt bist du wirklich schon runter gefallen? ja ich bin äh bestimmt drei also waren immer so kanten quasi ja genau drei vier kanten runter gefallen ja genau und gehst auch nach hinten ja ok ah hier ja wo seid ihr denn? ich bin bei julian jetzt ich bin bei elkado und julian oh lol wo kommt ihr denn her? ich bin auch gerade ausgelaufen julian soll ich dich boosten? äh ich kann mich auch selbst boosten wo seid ihr lang? wo seid ihr? siehste? ich habe mich selbst boosten das war nicht ich ich weiß ich habe mich selbst boosten das habe ich doch gesagt äh links ich bin gerade im wald inmitten von enderman ein komisches aus vom wald komme ich eher ich habe keinen plan wo ihr seid ich habe auch keinen plan einfach weiter geradeaus gelaufen immer weiter kommen links geradeaus wir sind jetzt ziemlich weiter links ey dann der nächste wurf fahrends auf uns würde ich sagen oh geil ein boot ist das jetzt der gleiche? ein boot? wie ein boot ich finde euch nicht oder gehen wir rechts wir müssen da gleich rüber oder? gehen wir rechts oder gehen wir links rüber? ich würde sagen ich würde sagen wir sagen erstmal links rüber wobei links sieht sich kleiner aus die ordinal sind 1400 minus 1200 der wurf ist aber auch hart wir sollten es darüber bauen mindestens ja was? ok 1400 1200 hier ist ein koppeltee hier ist ein koppeltee wofür steht das tee? für tim für schickenburger ts hier ist ein koppeltee ja ich sehe es der wurf füllen wir machbar das ist tim wo ist denn das schicken? oh nein alter ja die insel hier oben wenn man hier gegenwurf kann ich natürlich scheiße werden wooo easy geht rackt ich hab 6 noch bia woa ultra pvp skill hd xd lololololololololololololol hd 4k bitte ja du musst dich trauen wo ist denn das schicken? der wurf ist nicht so hart wie der letzte da ich würde jetzt erst mal sagen das war es von der folge wenn ich meine das kurze da und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder als die sie kommt der wof geht ich ja mal noch wasser platz kommt schon an der wof geht wirklich da mehr als einer alles leute bis zur nächsten ja 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 ja